Ihre Augen waren weit offen und feucht. Klara. Pssst. Nichts sagen, Peter Lime. Nichts sagen. Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in fünf Folgen von Leif Davidson. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Vierter Teil zwischen Vergessen und Erinnern. Es sprachen Erzähler und Peter Lime, Dietmar Müs. Klara Hoffmann, Lena Stolze. Pedersen, Dieter Laser. Jakobsen, Christian Berkel. Sprecher, Markus Hoffmann. Ton, Iris König und Kaspar Wollheim. Regieassistenz, Anushka Trocker. Texteinrichtung und Regie, Christoph Dietrich. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg, 2003. Dramaturgie, Lutz Volke.